Hey Nakiri, sag mal. Hast du noch Kohlenampf? Ich hab hier doch ein paar leckere frittierte Lackscheute. Oh, nicht doch. Nicht du auch noch, Yuki Hira. Hm? Also wirklich, was wollt ihr bei mir? Ihr habt endlich mal Zeit. Also nutzt sie doch. Ihr könntet euch endlich mal entspannen. Ach was, ich glaub, du machst dir einfach zu viele Gedanken darüber. Ich meine, die anderen zeigen damit nur ihre Dankbarkeit für deine hilfreichen Lehrstunden. Ich hab eigentlich nichts getan, wofür man mir danken sollte. Ich mach das nur, wie es mir gefällt. So warm. Oh, der Warn lichtet sich jeden Moment. Irgendwie hab ich jetzt Lust auf ein paar Raxrocken. Hä? Wie kommst du darauf? Ich meine, der Sternenhimmel und die Lachsrocken sind sich doch irgendwie ähnlich. Beide glitzern so schön. Da ist keine Ähnlichkeit. Mensch, also wirklich. Kannst du nicht einmal die Natur schätzen? Naja, der Sternenhimmel ist wirklich schön mit anzusehen. Bestimmt hab ich diese Eingebung nur, weil ich gerade auf der Lachsraut rumkaue. Also wirklich, du solltest dich mal hören. Merkwürdig. Normalerweise hat mir allein der Anblick von Yuki Hiras Gesicht gereicht, mir die Laune zu verderben. Aber jetzt... Jetzt macht es mir irgendwie nichts aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.